Hallo So So, ähm, wir werden heute mal versuchen, den Medusa-Kopf zu bekommen. Oh, nice. Whoa. Whoa. Wow. Oh. 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 Du kannst auf mich fliehen in deinem Zeitraum, Master. Knowing when to use. This isn't much of an advantage. So... Kann jemand anderes sehen das? Oort zieht die Lichtung. Es gibt keinen Sinn, dass der Krieger die Auferste anbieten. Der Early-Griffin bekommt die Wurm, wie sie sagen. Ach, da. Woah. Ich werde dich retten. Wenn du würdest. So. 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 Wir trounced unsere Feu, gut und wahrlich. Okay, done. 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 You can count on me to fly to your raid in your app. Should you have further need of a marksman? My bow is ever at your... Steal yourself. Better than us. Get out of us! You have no life. It wasn't a hidden sight that I could take ye. It's a disgrace. Okay. Okay. This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Hello, Arisen. It is plain you've been training diligently in my absence. Hat die rote Augen. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only... I shall inform you if I learn aught of worth. Okay. Vielleicht ist sie rotaugig. Oh, Drache. Oh, Drache. We may have underestimated this hole. Time to heal up. Hold on. Stay right there. This fruit has quite the temper in the end of the creature's heart. That is the epic root rate of its core. Be wary. Strike on the hard way as this foe. Okay. Okay. It dulls the flames, but it's just too late. It works most effective. I just got holes in the enemy. I like that. Spells will empower you with elemental magic. Good. Good. Well, come on now. We might not have to do this part. I shall lead the charge. Good. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Das sind gefährliche Zeiten. Du wirst wissen, wo ich mich finden kann. So... Ups. Gucken wir mal nach dem Regen. Gucken wir mal. 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 Hmm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So... Gucken wir mal. 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 Okay. Hier die Straße runter. Gucken wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, krass. It is no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh So? Hallo, guten Morgen. Nee, guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Meine magie sind auf deinem Bezug. Die Arisen wurde verletzt. Sprech mit dem Power of Lightning. Oh Gott. Ja, auf jeden. Das ist mega lustig. Ja, ich experimentiere halt ein bisschen rum und fand das ganz lustig. Einfach mal, ähm, wie sagt man das? Äh, einfach um zu experimentieren. Das macht Spaß. Und ja. Äh, und sonst geht's eigentlich soweit ganz gut. So. 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 Also? Ich habe keine Probleme mit schlafen. So, nochmal gucken, ob ich irgendwo Oga finde. Pauro, Golem, Drake, Cyclops, Oga. So, am I? Hast du gut gelebt? Ah, ich weiß, was ich noch ändern wollte. Und zwar eben als Bohrfährer. Das ist der Ende. Nichts ist frei in diesem Weltraum. Ähm, halt dich fest. Äh, 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 so. Also, was mir dem eigentlich nur gefällt, ist, äh, dass du, gut, dass du sagst, dass man Waffen wechseln kann. Und was halt auch nice ist, ist, ähm, du kannst halt keine, äh, H4 heißt das gleich noch. Du kannst halt keine Spezialsachen lernen, äh, oder einsetzen, heißt diese Spezialmeisterfähigkeiten der einzelnen Klassen, aber ich kann eben fix einfach die Ausrüstung wechseln und schweben, wenn ich irgendwo hin will. Und dann wieder dahin wechseln, was ich eigentlich einsetze. Und du kannst jede Art von Ausrüstung tragen, was auch ganz nice ist. So. Ähm, und so weit bin ich. Also, ich wollte die hier machen, dann Kerze im Sturm und flackernder Schatten ist, ähm, die nächste Stufe. Aber so, ich würde sagen, ich habe jetzt die Hälfte der Hauptquests gemacht oder so. Ach, und was ein großer Vorteil ist, ist, ähm, deswegen habe ich hier schon alle Laufbahnen gekauft. Die, ähm, Disziplin, die du erhältst, teilt sich dann auf alle verfügbaren Laufbahnen aus. Und wenn Kriegsmeister voll ist, wird 100% der erfarmten Disziplin, ähm, wird dann alle, die gesamte Disziplin auf die ganzen hier verteilt. Das heißt, du kannst parallel die ganze Zeit deine, äh, Vacation oder Vocations leveln. Und wenn du zum Beispiel keine Lust hast, mit Magier oder Erzmagier zu spielen, ist das ganz hilfreich. Und wenn dann wieder eine Vocation voll wird, ähm, Äh, wird die dann aus dem Pool rausgenommen und du bist dann, äh, das geht an das nächste. Oh, wie kacke. Ähm, der Kriegsmeister hat Die ganzen Fähigkeiten Also die Meisterschaft Waffen, äh, Neubewaffnung. Da kannst du zwischen den ausgrößten Waffeln wechseln. Aber ja, du schaltest halt, wie wenn du die Vocation normal hast, also die Disziplin, ähm, schaltest du alle Sachen frei. Das ist ganz nice. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerne immer mit dem Dieb spielst, den hast du schon voll, willst, Aber wie ich alles andere auch freischalten, äh, ist die ganz hilfreich. Oh. I'll harvest what I can, should it please you. Wow. Okay, ich muss wieder zurück. Oh Gott. 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 Ich weiß nicht, dass du, Master, aber... Ich weiß nicht, dass wir eine Reste haben, bevor wir aufbauen können. So, muss ich noch mal eben die eine Vocation wieder, äh, den einen Vasallen wiederherstellen. Oh, der leider schwimmen gegangen ist. Und irgendwie ballert die Heizung heute. Und irgendwie ballert die Heizung. Und irgendwie ballert die Heizung. Und irgendwie ballert die Heizung. Es ist nicht so viel Spaß, wenn wir alles machen, um ein Camp zu machen. Es ist genug, um ein Camp zu machen, nur wenn die Probleme entstehen. Wir müssen diesen Bordern mit unseren Verbänden Geheimdiensten bewegen. Der Firm ist was notwendig, hier. Wir sind so gut, wie wir sind, diese Krieg sollte sich in unsere Waffe sein. Wir versuchen, nicht zu bemerken, um das Vim zu spüren. Oh, ah, da. Oh. Ich bin ein Idiot. Oh, ah, da. Oh, ah, da. Wir ignorieren den Feind heute? Dieses Spell wird dich empfangen. Mit Elemental Magik. So, ich wollte noch mal eben kurz was gucken. Und zwar... ...habe ich die Software Deckboard und die ist gerade irgendwie am durchdrehen. ... 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 Das ist, of course, nothing's free in this world. Das ist, of course, nothing's free. Das ist, of course, nothing's free. So, damit sollte das ein bisschen besser sein. Wie weit bist du eigentlich schon bei Dragon's Dogma? Ich habe mir gestern einen ganzen Haufen Videos zum Endgame und, und, und angucken. Äh, habe ich mir angeguckt. Alter Schwede, kann man da noch viel machen? Perhaps I could show you the way? Okay. 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 Und wie läuft das Endgame, nicht Endgame, sondern wie läuft New Game Plus? Und kann man das Endgame so oft machen, wie man will, oder muss man jedes Mal das komplette Spiel durchspielen? Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sieht man, vielleicht lohnt es sich, okay. Das war's für heute. 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 So... Das war's für heute. So... 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 Was ist das? 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 Und du kannst von dem Typen bei der Drachenschmiede, den kannst du beklauen. Und dann bekommst du zehn Lymphomkristalle. Was ist das? 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 Ja, also ich war auch sehr überrascht. Ich hab's aus Versehen ausgelöst. Ich wollte eigentlich irgendeine Animation... Ja, halt dich fest. Das wollte ich gestern machen. Und das hat überhaupt nicht geklappt. So wie ich das machen wollte. Aber ich hab jetzt noch zwei Sachen rausgefunden, die wollte ich vorher noch machen. Ähm... Ähm... Boss... Mobs... Reset... Was ist das? Ah, okay... Was ist das? 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 Also... Zu der... Med... Medusa... Oh Gott... Ähm... Du bekommst ja... Ich sag jetzt mal... Äh... Wie heißt das gleich noch? Äh... Dem Medusa-Kopf, je nachdem wie gut du das ganze machst, kriegst du ein gewisses Level. Heißt irgendwie... Wie... Wie stark die verfault ist, sag ich jetzt mal. Und... Äh... Das ganze funktioniert nur, wenn du die mit Blitzwaffen angreifst, dass du einen guten bekommst. Und ja, deswegen hab ich jetzt gestern noch die Blitzwaffen gesucht. Und... Ähm... Gestern hab ich zweimal die Medusa versucht zu besiegen mit... dem Ring der Schwäche an und und und. Das hat alles nicht funktioniert. Also... Ich... Ich hab da gefühlt einen Anfall irgendwann beibekommen. Genau, das hab ich auch schon gemacht. Das hab ich mit der... Ähm... Ach, wie heißt das gleich noch? Bei der... Äh... Phönix... Äh... Ne... Sphinx-Mission hab ich die immer auf die Schultern genommen. Zum Reisestein und dann gib ihm. Genau, der konservierte Medusa-Kopf. Und den bekommst du, wenn du... Den Kopf angreifst, ohne dass der... Dass die zu viel Schaden bekommt. Ja, und da hing ich gestern. Aber das funktioniert anscheinend auch nur... Wenn du... äh... Blitzfähigkeiten auf der Waffe hast. Weil sonst... Machst du ihr zwar übertrieben viel Schaden, aber es passiert einfach nix... So, ist jetzt hier mal endlich wieder ein Ogre? Hä? Ich glaube mein Spiel ist kaputt. Eigentlich war hier immer ein Ogre. Aber der kommt nicht wieder. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Not more. Das war's für heute. 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 Wow. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 Zuversicht. Okay. So. Auf jeden Fall eine sehr interessante Methode. Ey. Äh, um da Zugriff zu bekommen. Okay. Okay. Vielen Dank. Oh, das ist natürlich blöd. So. Ach, was aber sehr genial ist, das habe ich gestern auch noch rausgefunden, bei dem, hier wie heißt das, Drachengeschmiedeten kannst du ja Reisesteine kaufen und die setzen sich immer nach drei Tagen zurück, also. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Much obliged. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann euch nicht sagen, wie ich es war. Unsere Reise weitergeht. Komm, wir haben viel zu bekommen. Ich habe ein Werkzeug für die Materialien, die ich hoffe, dass ihr euch benötigt habt. Ich werde ein... So, dann gucken wir noch mal, ob ich jetzt den Ogre finde. So, dann so, dann Wie ich erinnere mich, aus meiner letzten Reise, außer der Rift. Ah, ein Material! Ein sinnvolles Ding, das für dich gibt. Umgangssprachlich habe ich gerade aus einem... ...Ochsen einfach Sachen rausgeschnitten und die mitgenommen. Halt schnell, Rizzen! Ich werde dir mit dir in einem guten Moment sein. Ich habe nie gehört, diesen Scheiß! Ah! Meine Magik ist deinem zu wield! Kann man eigentlich Oga ausrotten? Oga ausrotten. 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 So, ich würde mal eine ganz kurze Pause machen und dann gucken wir uns mal die Medusa an. Also hol dir einen Kaffee oder was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Namiso. So, das war, das habe ich schon die ganze Zeit immer vergessen, jedes Mal, wenn ich die Sequenz geändert habe. Es gab einen nervigen Ton, also Moment. Cool. Alter Schwede. Irgendwas lastet das gerade extrem aus. Moment, der PC will gerade nicht. Holy crap. Moment. Liegt das hier dran? Oh ja. Okay, also ich habe auf meinem zweiten Bildschirm habe ich eine Software offen, damit ich auf einen anderen PC zugreifen kann. Und das hat gerade so übelst gehakt. Aber jetzt läuft es wieder. Okay, gut. Lag am Spiel. Achja, Prost. Okay. 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 Okay, Laid. Das war's für heute. Ja, kann ich nachvollziehen. Und deswegen mag ich die, äh, wie heißt es gleich noch, die Kriegsmeister-Klasse. Äh, klasse. Weil du einfach dann wechseln kannst, wenn dir andere Sachen mehr Laune machen. Oh. 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 Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. So we're to break it, it shouldn't be from this side. So it goes. To break the law is to be thrown in jail. As I understand it the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then we best keep some coin on hand to ease our potential warders suffering, and make them an ally to our cause. Ops. Ich wohne mit der Gilder, Sir. Ich bin glücklich, dass ich euch helfen kann. Es ist immer ein Freude. Geheimnis auf der Straße, Sir. Das sind Dachs. Geheimnis auf der Straße. Geheimnis auf der Straße. Geheimnis auf der Straße. Hi, Art. So, ich will nochmal einen Transport nach Melve machen, um zu gucken, ob dann ein Ogre ausgelöst wird. So, ich muss ein paar Körner sehen, bevor ich Sie in die Zeit kommen. So. So... Der Spell wird dich empfehlen, mit Elemental-Magie. So. Mal gucken, ob hier oben noch irgendwo ein Ogre sein soll. Nö. Oho, hier ist etwas geschrieben. Es kann nicht so schwer, wenn man einen Blick aufhören kann. Hier habe ich so wenige Kunden, dass ich beide ... Oh, es ist mir selbst. Ich komme wieder. So, und jetzt wieder zurück. Ich habe irgendwo gelesen, dass man hier auch Romanzen eingehen kann. Hast du das schon mal gemacht? Hier schon? Gehe von Oxcart war ein Wettbewerb. Es gibt schlechte manche zu gehen, glaube ich. Diese Oxcart ist für Burnworth. Ich werde dich nicht woher, bis ich meine Schuld habe. Ich denke, es ist Und ein Zyklo. Okay. Äh, es gibt irgendwie Romanzen, hab ich irgendwo gelesen. Dragon's Dogma 2 Romance. Dragon's Dogma 2 Romance. Dragon's Dogma 2 Romance. Dragon's Dogma 3 Romance. Okay. Okay. So, und jetzt will ich das mit der Medusa ausprobieren. I am attentive and loyal, and pre- At least I go, knowing I fought to the- Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I'm grateful to observe you for- We'll never get anywhere before we do it, Reg. So, und jetzt legen wir den- Ring des Spottes an. Ich mach dann nochmal eben ein Backup vom Savegame. Ring des Spottes an. So, und damit sollst du jetzt nämlich einfach, weil das Blitzschaden macht. Mega den Schaden bei der machen und den Kopf einfach abtrennen können. Ring des Spottes an. Gra Marin des Spottes an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haaah Was ist das? Was ist das? Oh. Okay, ich habe immer zwischen 10 und 15 bekommen. Ich habe immer zwischen 10 und 15 bekommen. Okay. Nice. Okay. 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 Oh... Na, wo ist sie da? Und... I had a feeling our paths would cross once more. It is a happy twist of fate! This rumor has been troubling me ever since I first thought into it. Apparently, there is an illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger to ourselves and others. Symptoms include an unruly attitude and overconfidence, and in the end, we turn our backs on our master and our duty. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. So... So... Must we even warten? No need to overthink it, you... ... ... We should have. Das war's für heute. 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 So... So, so... Weil, das sollte ja kürzer gehen. Ich glaube, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das war's für heute. Yooo This is clearly designed to carry us somewhere. It could prove useful. This seems useful. It would be a shame not to employ it to our advantage. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, it fell from the beast as it breathed its last. You've been doused in oil. You've got to steer clear of fire. The oil is excited. Up and beyond you are with an oil. Hold its bones as long as it can. Let us see what you're made of. I'm going to hold on the beast. Aptly said. Focus. A moment of decision to see what I'll do. I'm going to hold on. This brute has quite a gesture. Why do you not use their rage to our advantage of you? Well, I must. I am tall. I am tall. I'm tall. Ja, ja? Ja, ja? Ja, ja? Ja, ja? 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 Du bist wunderschön. Lass uns mitbekommen, Sephulvia. Geh und fass dich auf. Wir sollten uns nach hinten folgen. Geh und fass dich auf. Ich habe mich selbst gedacht. Die Päume in dieser Partie sind immer noch etwas anderes. Positively splendid. Poison ist ein Nass. Nice. Danke schön, ich habe es geschafft. Obwohl es dunkel ist. Mit diesem? So. Gibt es noch Spannungen? Ich habe es geschafft. Spannende Sachen. So. Und. Wow. Okay. Und jetzt. Mal gucken, ob ich Glück habe. So. 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 Nice. Haben wir auch das Achievement bekommen? Was haben wir als Materialien benutzt? Die verschiedenen Kombinationen von Materialien resultieren in verschiedene Kreationen. Bis zum nächsten Mal. So, dann stopfen wir das hier mal lieber in die Truhe, falls wir die noch irgendwie brauchen. Oh, wie lange ich meine... Können wir ein paar Monster holen, um den Tag zu starten? Komm, wir haben viel zu machen. Schauen wir mal rein? Nice! Und gut mit. Always a pleasure. So... ... ... ... ... ... ... I'll disposal, sir. Ich mache das zum Teil ja, wegen den Videos und zweitens, weil bei mir bei sowas diese dauerhaften Geschichten dann doch eher zu harten Frustrationen führen können. Das ist so einer der Gründe, aber eigentlich hauptsächlich, ich kann das zwar andauernd wiederholen, das ist kein Problem, aber ich habe da nicht so die Lust, dann nochmal das gleiche 20 Minuten lang wiederzumachen. Und dann laufe ich wieder hin und dann nochmal wieder 20 Minuten das gleiche. Da kickt dann bei mir die Frustration zu schnell rein. Genau, aber sonst... Äh, ja. Genau, und also, ich sehe das so, es sollte mir Spaß bringen und nicht irgendwie, ja. Genau, aber das ist so der einzige Grund. Und deswegen speichere ich zum Beispiel auch, äh, ich meine, deswegen würde ich jetzt bei einem, äh, Speicherstand kein Backup anlegen, nur weil ich eine Quest da nicht richtig gemacht habe. Da würde ich dann doch eher einfach so spielen, wie ich Bock drauf habe. Ähm, und das einzige, weswegen ich mir zum Beispiel, äh, Guides und so weiter angucke, ist, weil ich sehen, also ich will alle Nebenmissionen mitnehmen. Deswegen gucke ich mir öfters dann Guides an. So. 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 Oh, fine. I'm nodding up again. Oh, so did I even see the bed on my face? No one around here doesn't guess what the envies. Oh, so did I even see the bed on my face? I suppose I also heard like... Time's hard. I'm looking forward to the deep end. Wait, wait. Oh, so did I even see the bed on my face? Oh, so did I even see the bed on my face? Okay. Wie soll man denn da oben hinkommen? Oh, dear. Okay. So. Ah. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Toll. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. So. Not just finding these be so difficult, a splendid discovery, interesting. I shall have to inform my own master of this. Was ist das? 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 Das war's für heute. So, ich will jetzt ab nach oben laufen und dort mal gucken, ob ich den Drachen töten kann. Oh, die ist ein bisschen übertrieben. So, ich will den Drachen töten. Oh, die ist ein bisschen übertrieben. Loll. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. There is to be an unveiling. I'm curious to see how the sculpture turned out. Shall we attend, Master? Then follow me. Yeah, Master. Go hard. Fire won't do much good here. Best try a different hack. I've got you. Use this chance to recover. Yeah, but trotzdem. Das ist total gemein. Und ja, ich versuche die Macht zu nutzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Rache genommen. Mit ein bisschen Donner, aber wir haben unsere Rache bekommen. Ah, guten Abend erstmal zusammen. Haha. Oh, yoi, 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 yoi. Ja, 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 ja. Hey, 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 hey. Oh, wie geil. So, ich muss mal eben Batterien wechseln, kleinen Moment. I'm starting to jump here again. It is becoming something of a habit of yours, Arisen. One learns a few things. Visiting a place so often, it is not without its merits. Wow, okay. Okay, jetzt muss ich mir ne Brille sauber machen. Ich hab's heute auch drauf. Aha, jetzt hab ich wieder den Durchblick. Okay. 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 Oh. One of us has been silenced. 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 be sure to keep your wits about you my magicks are at your disposal Vielen Dank. So und wie sieht das jetzt mit der Vielen Dank. Okay, ich habe mir gerade mal die Sachen für Mel wird durchgelesen. Vielleicht wird das ein bisschen von Vorteil sein, aber es war hier in Mel, das wir zuerst haben, als Herr Eureka. Ich erinnere mich, als wenn es um die Vorher war. Ein paar Pläten haben so tief ein Impression auf uns wie das. Hmm. Always a pleasure. Our packs are heavier, and our purses far lighter. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. So... About time you came along. I respect... Or so I'd like to say, but it's getting rather... Huh. Ah, good. Look to the sea, my friend. Hard to... I've told you about the sunken temple in the middle of the sea, haven't I? I... I... But I nearspoke of the man who resides there. He was such a worthy ruler in life that his armies safeguard as he himself would have it. He was once entrusted with the task of watching over this world from the heavens above. Yet he tired of his duty and abandoned his perch in the sky in favor of founding a small kingdom on the ground. Okay, nice. Though he was a just and goodly ruler, there is not a single person alive who remembers his name. Oh, it sounds unfortunate. But if you ask me, it is all a matter of perspective. It can... I should know. In all my long years, I've never forgotten a single thing. Would that I could forget some... Ha, ha, ha! A lie, it may seem, but a lie. Come see me again, if it pleases you. I've... Was hab' ich denn jetzt ausgelöst? Was hab' ich denn jetzt ausgelöst? Hä? Das war eine Hauptmission, okay. Krass. 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 Okay, nice. Ja, auf jeden Fall. Having the Arisen Obtainer Maester's teaching is a welcome boom for us pawns as well. I shall strive to learn from your example. The time I'd reach new heights of my own. Welcome to browse my web. Can I interest you in a room, sir? I have no issue falling asleep, even... A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. My plans. Come on, Captain. For bread and board, you'll find none better. Glad to be of service. Ja, genau. Das meine ich halt. Du hast eine gute Möglichkeit, Sachen zu erledigen, die du vorher halt sonst nicht konntest. Das war's. No one's coming to us. Hey, now we... Das war's für heute. 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 Patrons, connoisseurs, friends. My humblest thanks for joining me here at the unveiling of my collection's crowning jewel. There is much more I should like to say. But the antism. I haven't the word. It is simply a masterpiece. I shall be honored to pass this on to future generations. Let us give a thunderous round of applause for Master Fulvio, who has granted the world an unparalleled gift. And for the good arisen who aided him in his noble venture. Never have I beheld a sculpture so remarkable. I can scarce believe I carved this with my own hands. It is a masterpiece. Full glad I am to have entrusted this task to master. It is a full glad I am to have been. I can scarce believe I can. Looks like we both got some time on our hands. Nice. There's a fascinating tale those soldiers out there. Time was? You think that'd be on account? At least I would never be happy if we keep mixing. He's looking at me. Okay. I will see you coming in. Now we have a few weeks. Ok, let's open up. OK. Yes, this is a great place. A beautiful place. I'll be mistaken. No, 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 no. I will never be any casa. I know. If I am happy to be the plane. So, dann holen wir uns wieder die Vasallen zurück. So, dann holen wir uns wieder. Wir sehen uns wieder, Arisen. Eine unerwartete Reunion, aber eine glückliche Woche. Oh, Drache. Oh, Drache. Das ist ein Wettbewerb. Das war's. Alter Schwede. 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 So, und noch mal. Oh, schade. Der kommt leider nicht wieder. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. 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 Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Vielen Dank. 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 Oh. So, was wollte ich machen? So, und jetzt bis abends pennen? Dann mal gucken, was Barron sagt. Barron? Oh. Oh. So, was war ich da? Oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, they have their uses. Oh! Oh! I don't know what that means to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, unless all that boom goes away. Oh, okay. By the might of my magic, I shatter the heavens! Nought's like a feast to get you ready for bed. Come to think of it, some masters rearrange thy party at the drop of a hat. Once I've no sense letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. Hey. Oh. I'll save you. If you would. Opa la. Oh, okay. Untertitelung im Auftrag des ZDT Oh, 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 oh. Okay. Kannst du mal landen oder wegfliegen, eins von beiden? Geht doch. 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 Schöööön. Oh, Kyra ist tot. What's up there? I can't make much out from here. But I have a feeling it will be worth the climb. Are the means of getting over there arisen? I expect you'll be wanting my assistance. I can't make much out of here. I've begun to wonder if you'd cast me off for good. So, und jetzt können wir richtig erkunden. Uh... Follow me then. Unless you doubt my sense of direction. Oops. Oops. So... So... Magics are at your disposal! Stop! 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 Are we ignoring the enemy today? Yeah. Little does our foe realize how narrowly they escape steps touch. Was ist das, was ich? RISE, Raging Witch, und stacker our bones! Das war gut, da ist niemand in der Nähe. Das war's für heute. Ah, nice. Okay. Hmm, I cannot fault your memory. We must get to the bottom of this. How are we to get through this door? We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Okay. 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 Speak you of those trinkets conjured by the wizards of Batal. Even from these depths, I have beheld the Batali scuttling about, gathering this baleful, maddening act to transmute the fractured souls of the risen. Okay. Okay. That which you seek is a soul much like your own. Yet rarely will you find one intact, for splinters are all the remain of those pitiful. So the flesh may rot, the soul fragment, yet power, power endures. And it would seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. Yet tis folly, the frolicking of children. Such trinket could mere hope to fell the dragon. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. I shall grant you this blade. It too is the soul of an arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Alas, the ages have taken their toll. Tis as withered as mine own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane magics would be capable of drawing forth its late potency. If that is what you seek, arisen, then go on to their stronghold. I believe it is there you shall find the means to achieve its need. Okay. Let's go. What the hell? Let's go. Stumpfe Götterbahnklinge Ok Ok Ah, da. Sorry. Ein Reisestein. Oh, Fahrstuhl. 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 Oh, Fluss. Ok. Oh, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Kugel. Gefand des Sternenguckers. Fertig. 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 Okay. Hoppala. Okay. 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 Then I shall remain by your side. Okay. 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 Nice. So, what? Oops. Halal, Alexi. Nice. 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 Okay. Was ist denn das hier? Ups. I see you cannot manage without me for a moment, Arisen. I see you cannot manage without me. Danke, wünsche ich dir auch und gute Heimfahrt. Oder, nee, Fahrt zur Arbeitsstation. Station. Okay. 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 Die Karten sollten wir uns einfacher. So, und wo will der hin? Ah, hier. Okay. Oops. So, und wo will der hin? 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 Wo will der hin? So, und 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 wo will der hin? Wo? Wo hängt der hin? Wo hängt der denn fest? So, und wo will der hin? 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 So, und wo ist mein Hintergrund? So, und wo ist dein erster Huhn? So, und wo ist er denn? So, und wo ist er? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schön. Yow. Yow. Voll der Asthmatiker. Voll der Asthmatiker. Eingreif. Von dieser Distanz kann ich nicht sicher sein. Wir müssen unseren Weg nach oben machen. Auch bald da. So. 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 I'll handle this. I'll handle this. One more push, all to bring it down. The moment of victory in the hand. Let's finish this. Nice. Also man kriegt da nichts, wenn man die ein zweites Mal anheuert. Das ist schade. 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 Das war's für heute. 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 Nice. Okay. Das war's für heute. I'm all for swapping stories, but perhaps another night I can scarce keep my eyes open. Oops. Our master's a magnanimous sort, letting us sup on fine meats before a heartening fire. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut, ich werde zurück. Ja, und zwar liegt es da dran, dass... Und zwar, der Dieb hat ja hier die Fähigkeit, äh, zum einen Schalerroter... ...damit machst du einen Wirbel an Vorwärtsheben und Stibitzen. Und jedes Mal, wenn du es schnitzen machst, kannst du, äh, Sachen klauen. Dafür müssen die nicht nur am Boden liegen. So, und die haben gerade in dem Video geraten... ...ne relativ schlechte Waffe zu nehmen. Äh, äh, so... Warte, lass mich eben nachdenken, was ich sagen wollte. So. Ähm... Und zwar... ...must du halt besonders wenig... ...Schaden aus, äh... ...Schaden machen, aber ganz viele Schnitzen reinbringen. Und dadurch, äh... Auf Dauer, äh, erhöht sich dann immer weiter die Chance, dass du... ...Gegenstände bekommst. Äh... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. So, dann können wir das doch mal zum Test machen. Ja, genau. Also so haben die das gemacht. Die haben das auch beim Endboss gemacht. Der hat dann richtig rausgeblättert. Irgendwie 300 Würmkristall. Ich glaube aber, das ist nicht so ganz richtig. Weil du kannst ja auch von den Klauen, wenn die... Ey, wieso greifen die Banditen an? Du kannst dann von den Klauen, wenn die auf den Boden gelegt worden sind. Okay. Okay. Drack! An outreak! Oof! Now you're gonna make me lose my temper! Come on, you should have a fire! Not compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Got it, got it, got it. Nice armor you've got. It looks better on me in mind. Okay. Dann nutzen wir die Chance. We've arrived well enough. Where to next? I've truth be told. I'm apart of... Mine to pack up and leave. What would the... Kano grow more... Always a pleasure! Wow! Heilige Mutter! Wieso greifen die denn zwischendurch einfach an? Oh god, oh god, oh god. How could I have fallen? Victory! That was impeccably time's arisen! Oh. Oh. I'm not seizing it for this! Oh no. Oh. Believe me! That's mercy! Yeah, my arms went... THAT'S what I like to see! Well then. It would seem we need not always travel by foot. Wenn noveler Inventions such as this to be found, contraptions like these are best used when and as we find them. Ich hoffe, dass du mein Unterstützung will. Äh, ja, genau. Den hatte ich noch nicht geschafft und, ähm, da dachte ich mir, wäre die Position am einfachsten jetzt eben zu erreichen. Zu erreichen. Ah! 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 So! Ich hoffe, dass du nicht erwartet hast. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du hast uns nicht vergessen, hast du, Master? Und hier sind wir, im Blick eines Augen. Okay, shall we take stock of our surroundings? Und hier sind wir? Und hier sind wir? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann machen wir doch mal die Mission Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sehen uns, ob Sie mir einen zweiten Mal verabschieden können. Wir sehen uns, ob Sie sich überraschieren können. Wer sind Sie dann? Warte, Sie sind einer derjenigen... Ich spreche über Hugo, natürlich. Ich glaube, er ist immer noch ein Baby, ohne seine Mutter. Of course, Lanzo hat bereits vergessen, dass der Pulsod er sehr glücklich ist. Das Blaggard. Er sagt mir, dass es mehr zu sein ist. Ich bin nicht sicher, dass ich ihn schümmen kann. Hugo hat sich überrascht, seit er ein Kind zu verabschieden. Ich würde es nicht mehr verabschieden. Aber es gibt noch einen Vorteil für ihn, wie ihn. Die Gäste sind nicht, dass sie einen Brat in die Kirche verabschieden können. Sie können ihre eigene Leben verdienen. Wenn eine Karte anfängt, wird sie einfach nach einer anderen. Und ein paar Gäste zusammen machen, die sich in eine neue Stadt befinden. Die Gäste sind nicht sicher. Ich glaube, Hugo hat das zu groß gemacht. Wir haben uns... Wir haben ihn... Ach so, ihn zu den Bögen, damit wir können... Es ist schwer zu glauben, dass der Mann nicht herausfordert, dass wir uns als Sie. Hat er immer gesagt, dass wir... Es ist nicht mehr klar, dass wir das... Ah, seine Mutter war ein Mann. Wir haben ihn aufgemacht. Wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ihre Brüse und so. Es war schwer, nicht zu lachen, zu sehen, dass der Hügel-Hügel zu sein, auf die Lanzo-Boot zu sein. Wir haben eine neue Hügel-Hügel, jetzt. Over in der Ange... Nein, ich habe nicht zu sagen, das zu sagen. Mein O-Lanzer... In fact, warum nicht du ihm einen Besuch? Mit einem neuen Hügel-Hügel... Es ist fair für mich, zu sein, dass ich das nur mit einem Schmerzen zu sein... Was hast du hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Ich glaube, es macht dich einen Hügel-Hügel, zu sehen, den Mann, die du selbst befestigst, zu sitzen, hinter den Bars. Aber du hast nicht genug, zu denken, dass die Empress ist sicher, wenn ich hier bin, hast du? Die Körle ist ein guter Ding. Ich denke, dass ihr in der Körle in der Körle... ... 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 Wo geht's denn hier lang? Okay. I cannot ascend to this. Laboratorium, Versuchsraum. Okay. 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 Wo bin ich hier gelandet? Okay. 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 Solltest du sogar noch mehr bekommen? Okay. 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 Was ist das? Oh. Okay, wo muss ich hin? Ja, genau. Der X-Angriff. Und ab Stufe drei oder vier kriegst du hier auch noch hier, äh, wo haben wir es denn? Hier unten. Scharlachroter Kuss und dadurch reiht sich das noch mehr aneinander. Und ja. Oh. Äh. Die einzige Frage ist, ob es noch, ähm, wie heißt es gleich, noch irgendwelche Sachen gibt, die das Ganze auch noch anders fördern können. Heißt zum Beispiel irgendwas mit Glück oder so. Oh. Was? Also einfach den Angriff und das ganz schnell. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wenn du in einer reinen Diebesklasse bist, ob das nicht dann sogar noch schneller geht. Dass man dann vielleicht mit dem ganzen Kram schneller ist. You know what I mean? Wieso hat er eigentlich Waffen? Was willst du jetzt? Was? Was? Er sagte... Was? Das... Das kann nicht richtig sein. Ja, doch. Das stimmt leider. Was? Wenn er das für mich hat... Nein. Sag mir, es ist alles... So, was für Aufträge haben wir denn jetzt? Ein Schleier... Ein Schleier... Dann. ... Was ist das? 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 Das sieht das? Was ist das? So... Ah... Ach... Aber... Ups... Ja... Also... Our road... So... Over... Und... Uff... Und... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... 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 In Bearbeitung? Okay. Oh, kacke. Also, da hatte ich irgendwo gelesen, dass man den irgendwie zurückholen kann, wenn man das Spiel speichert und neu lädt. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Okay. 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 See people trying to do this. Okay. Du bist so right. Nice. A flock of harpies draw in. Wait, wait. Right where it hurts. Stop. 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 Nice. You have my protection. Stop. Klasse. Naja, bei mir hat die nach drei bis vier Tagen ein Respawn gemacht. Und irgendwie dort das maximal sieben Tage, ich glaube bei Drachen. Oh nein! Das war's für heute. 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 Okay. So. Ich würde noch mal eben eine kurze Pause machen und dann gucken wir uns die Mission da oben an. Also. Misch gleich. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Bye. So, eben noch fix was zu essen bestellen. Vielen Dank. So. So. Okay. Okay, müssen wir hier hoch. So, ich muss jetzt leider ein bisschen bescheuert aussehen. Und da, ich soll mal, ich soll mal Licht anmachen. So, ich soll mal, ich soll mal, ich soll mal... Damit man Katapult schießen kann. Ne, damit ich höre, wann die Pizza geliefert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah. Oh Okay, dann ab und nach oben Oh Hey, Laufbahnrangaufstieg Do you know who you're dealing with? Bugger off if you wanna see the morrow I just thought it best we'd prevent Sir Hugo from staining his hands any further You? I came to get my vengeance only to find all those who could give it Fine Seems my entire life I don't rightly know where to go from here An honest life, huh? This is the only life I've ever known It's too late for me to Oi, do you really think someone like me could live an honest life after all that's happened? I've always, but what could I do? Not sure as a no one would want me working for him, would they? You know of a place I could work? Where? What? There's a ladder here Perhaps new discoveries are waiting Oh, I've got my freedom Shit, there's work for me out there What? What? Oh So Son 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, so kann man das machen. Uh... ... 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